Hallo, willkommen zurück! Ich hab mich schlau nicht mehr. Wie man jetzt geht's ja im Portion. Wir stellen uns noch mal das Netz hin. Und jetzt... Fick, aber... Ich hab die Magen an. Ja, nicht mal so. So... Nein. So. So. Ich bin ein sehr guter Mensch mit den Augen. Ja, das ist ein sehr guter Mensch. 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 Ich habe mich nicht mehr gut. Das ist ein sehr guter Mensch. Ich bin ein sehr guter Mensch. Ich bin ein sehr guter Mensch. Und man exportieren das Ganze. Wunderbar, das führt jetzt, wunderbar. Exportieren. Jetzt können wir sie theoretischerweise erstellen. Jetzt können wir sie theoretisch aufbauen. Das war's für heute. Das ist jetzt. Ich habe das jetzt endlich hingekriegt. Seht ihr mal, die nicht angezeigt wird? Wenn die jetzt nicht angezeigt wird, dann drehe ich aber durch. Doch, da ist er. Wunderbar. Da ist auch der alte Mann, der verkauft das. Wunderbar. Haben wir das noch hingekriegt, Leute. Was ich neulich gemacht habe ist... Da wollte ich hin. Ich habe jetzt einen SV-Enemy gemacht, oder? So. 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 nicht eingefügt war ja klar nicht 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 ich hab die gut ich hab die AC ich hab die aussehen gelöst oder? kann ich die alte oder nicht laden was ist denn das was habe ich denn jetzt wieder gemacht jetzt habe ich die wieder kaputt gemacht ich krieg eine macke jünger weiblich die haare erstellen das ist eine brille was ist eine brille ne brille ist scheiße gesichtsbild speichern jetzt haben wir sie drinnen hallo dann müsste eigentlich sich das ist eine brille das ist eine brille so ja wenn ja dann jetzt hier das shop hin ich mache jetzt hier einen shop rein hier geschäfte verarbeiten ein drang 50 marx wasser für 100 hinein beenden jetzt einkaufen kann nein beendet das gespräch wunderbar das funktioniert also schon mal leute gut hier verkauft man die rüstung und sie verkauft man die objektliche ist alles gut ich denke ich habe mal ein kambin von mir verpasst tisch hin fenster hin ich weiß nicht ganz so schlimm aussieht gut so heute mal so und so zack die zimmerpflanzen wird schade finde oder war die hier so zack so zack 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 Dann machen wir das mal so. Waffen und Rüstungen. So objektenmäßig sieht sie gar nicht gut aus. Und auch hier zack. Genau so, wunderbar. Jetzt soll ich hier noch reinsetzen. Schaut ein bisschen besser aus. Wunderbar, ist das der Ausrüstungsshop auch schon fertig? Ja, das ist der Ausrüstungsshop. Vortragung. Nach Terrassa. Wo haben wir jetzt den Shop erstellt? Ach da. Okay. So ein scheiß Bild als Tür haben. Wir spielen. Ich möchte wieder diese Tür haben. Okay. Du überträgst dich bitte in den Verkäufer. Schauen wir mal, wie es aussieht. Okay. 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 Wunderbar. 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 Und vielleicht dieses SE abspielen. So wird es immer weg. Und dann haben wir Gasthof. Genau. Wunderbar. Und dann. Ich nehme ein Verkäufer. Und dann sind wir hier. Und dann sind wir hier drin. Ich nehme ein Verkäufer. Und dann ist das so. Und dann ist das so. wunderbar aber die verkäufer jetzt auch soweit fertig erstmals reicht erst mal so wir könnten jetzt noch ausrüstung so reinbacken und die haben wir ja nicht so wirklich fertiggestellt kommt das alles erst später gut dann aber noch aus zwei haus 1 und zwischen den bergen und was das ist zwischen den bergen 1 und haus 2 na gut ich würde sagen das machen wir den ersten nächsten ports wir sehen uns dann demnächst wieder tschüss